Ja, das sieht schon alles sehr einladend aus. Ne, die nehme ich erstmal nicht mit. Da komme ich nicht rein. Medipack, Munition, Munition. Natürlich der Safe, damit wir auch direkt wieder hier spawnen können beim nächsten Mal. Hm, ne. Die große hebe ich mir für später auf und dann klopfen wir hier doch einfach mal an. Ne. Okay. Ja, ich will mir erstmal diese blauen Dinger aufheben, soweit es mir möglich ist. Aus taktischen Gründen natürlich. Also wenn wir hier erstmal weiter... Oh, guck mal hier. Das Spinnchen nehmen wir erstmal auseinander. Bevor es uns auseinander nimmt. Au. Au. Wie wäre es mal mit sterben? Dankeschön. So, das nehmen wir soweit noch alles mit. Au, verdammt. Ich mag keine Spinnen. Vor allem nicht, wenn sie schießend auf irgendwelchen Elektrobeinen stehen. Keine Ahnung, liegen. Stirb. Gibt's doch gar nicht. So. 37 HP nur noch. Ach, Mann. Ich würde ja so gerne hier durchrushen, aber wir haben einfach keine Munition. Na, ob das schon für ein... Ne, Speicher müssen wir noch nicht. Mein Grün war Unverwundbarkeit, oder? Oh, guck mal da. Da hat uns jemand gefunden. Sogar zwei. Ja, toll. Und das war's dann auch schon. Alter, das wird immer schwieriger hier. Ich würde so gerne durchrushen, aber es funktioniert einfach nicht. Es tut mir leid, liebe Leute. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Nein, das nehmen wir noch nicht. Nein. Nein, nein, nein. Dann guck ich lieber mal bei denen hier vorbei. Und auch bei dem Schweinchen. Schweinchen, hör. Alter. Verwinkelte Schein. Was? Was? Alter, wohin? Und jetzt? Guck, guck. Ich wollte mich stören. Leute. Au. Ist das ein Save-Wert eigentlich? Ich glaube schon, oder? Wir safen das Ganze mal. Auf dem vorletzten... Alter. Unglaubliches Scheißspiel momentan. Also ich kann das gerade so richtig gut leiden. Ihr merkt das. Okay, wir sind schon mal unsichtbar. Das können wir gut gebrauchen. Dann nehmen wir das auch mal mit. Jetzt sind wir doppelt unsichtbar. Ob es das jetzt gebracht hat, das weiß ich auch nicht. Hier kann man noch ein bisschen was einsammeln. Und die Spinne können wir mal tot machen. Das ist eine ganz gute Idee. Können wir die eigentlich hier rein? Nee, lieber nicht. Ah, da kommt schon die nächste. Alter, nein. Hört doch auf. Macht doch sowas nicht. Nebenbei habe ich in einem Video gesehen, dass die Dinger hier mit einem Schlag kaputt gehen sollen auf Inferno. Also auf der Schwierigkeitsstufe, die wir am Anfang probiert haben. Schade, dass es hier nicht so ist, ehrlich gesagt. Also hier sind es auf jeden Fall keine One-Hits. Frag mich gerade ein bisschen warum. Also warum sollen die auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe schneller tot gehen als auf dem normalen Weg? Nein, Hoden, geht weg. Geht weg. Oh, verdammt. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon aufgefallen ist, aber ich habe keine Ahnung, was ich hier genau tue. Portal. Guck, 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 guck. Sonst noch jemand? Irgendjemand hier oben? Ah ja. Ah, was? Bin ich tot? Bin ich... Nein, nein. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen, dieses Scheißspiel. Ah. Rage-Mode on, Alter. So ein Fuck. Ohne Mist. Ich hasse dieses Spiel gerade. Also Doom 1 war so viel geiler, ehrlich gesagt. Doom 2, also kauft euch diese Scheiße nicht. Nee. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es nervt momentan halt, dass wir auch so wenig Munition haben und gar nicht wirklich... Ah, genau. Genau, greif mich doch an, du. Ah, ich weiß, du bist drauf programmiert und ich heule hier gerade ein bisschen rum wie so eine kleine Nubi-Sau. Ah. Ja, das ist, wenn man mich jetzt die ganze Zeit hier mit neueren Spielen verwöhnt, die alle noch Auto-Heal haben und so ein Scheißen ist, glaube ich, mit 3% HP. Mit verfickten 3% HP laufe ich hier rum. Ach, das ist doch unglaublich scheiße einfach. Ich sammle erstmal wieder ein bisschen was. Hier war noch was. Okay, okay, okay. Das nehme ich mir auch mit. Und da kommt schon wieder der bescheuerte Hoden von oben angeflogen. Und das habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie sagen müssen. Danke sehr, Doom 2. Danke sehr, dass ich mich jetzt diesen Satz hier sagen musste. Da kam der Hoden von oben hier, Teabagging und so. Weißt du Bescheid? Ach, du Scheiße, Alter. Ich habe auch... Guck mal, da ist der Pfeil. Er zeigt nach oben. Der Pfeil, der wird mich doch bestimmt lieb haben. Kommen wir. Concentration. Komm hier erstmal ein Speicherchen. Geht denn hier anders? Und rein in die gute Stube. Du bist weg. Da war keiner. Schön daneben geschossen. Ah, und... Ah, unglaublich. Nee, so ein Aiming, das ist unglaublich. Guck mal, hier ist ein Schalter. Hallo? Hallo? Keiner da? Egal. Nicht drauf reagieren und die kriegen... Ach, nein, nein, nein. Jetzt bin ich schon wieder hier runtergefallen. Komme ich hier nicht wieder hoch irgendwie? Nein. Puh. Na, gut. Dann muss ich halt hierher gehen. Ja, hilft ja nichts. Ich wollte die jetzt eigentlich noch ganz gerne wegbashen. So, die Dinger hier sind nutzlos. Komm, hoch mit uns. Lalalala. Was ist eigentlich, wenn ich hier runter springe? Da werde ich erstmal ganz nett begrüßt. Bekomme noch ein bisschen Schrott, Flinten, Munition und... Und, und, und. Oh, schnell wieder rein. Ihr habt mich überhaupt nicht gesehen. Hilfe. Ich... Nein, ich gehe da nicht wieder raus. Ohne Scheiße. Ich gehe da nicht wieder raus. Ah, ich muss da raus. Lalalala. Nein. Hilfe. Aha. Okay. Das ging so weit eigentlich noch. Komm mal. Ich mache mich erstmal wieder unsichtbar. Ne, zuerst mache ich hier. Natürlich. Erstmal ein Save. So. 66 HP und hier ist noch ein Heal-Pod. Okay. Haben die sich gerade gegen... Freunde. Ich springe jetzt einfach mal todesmutig nach einem kleinen Save hier in die Todesfalle. Eventuell. Ne. Geht eigentlich. Da kommen wir auf jeden Fall raus. Hier nochmal ein bisschen Munition geschnappt und nichts wie raus aus dem Scheiß hier. Ah, schön, du Camper. Mistvieh. Und hier geht es hoch. Wenn nicht ein Hoden im Weg stehen würde, würde es hier hochgehen. Okay. Den haben wir anscheinend schon mal angeschlossen. Äh, angeschlossen vor allen Dingen. Angeschossen. Das klingt relativ einfach. Oh, ein Hoden. Wer hätte das gedacht? Ein geschälter Hoden. Meine Fresse. Stirb, du Bastard. Hier kommen wir natürlich nicht rein. Und ich muss mich mal langsam wieder ein bisschen beherrschen. So Rage-mäßig. Geht er schon in eine Richtung, die nicht mehr so familiengeeignet ist. Aber ich glaube, Familien schauen hier sowieso nicht zu, wenn überhaupt dann einzelne Personen einer Familie. Aber nicht eine ganze. Was ein blödes Herumgelaber. Ich schnabuliere mir das nochmal. Und jetzt mit 35 AP wäre es, glaube ich, mal an der Zeit, wieder ein paar Healpacks einzusammeln. Eventuell sogar das, was ich am Anfang liegen gelassen habe. Das dürfte doch eigentlich noch da sein. Und zwar irgendwo hier am Pfeil war das dort. Wo ist der Pfeil? Wo ist der Pfeil? Na, wo ist er denn? Such den Pfeil. Such den Pfeil. Such den Pfeil. Da ist kein Pfeil. Nein. Nein. Stirb. Nebenbei. Huh. Ich bin nur auf der Suche nach dem Pfeil. Keine Sorge. Ich tue euch überhaupt nichts. Wenn ihr mir nichts tut. Ups. Das war gelogen. Wo ist der Pfeil? Der Pfeil, der macht mich geil. Wenn ich ihn finden würde, wäre es noch schöner. Ne, das nehme ich noch nicht. Ohne Mist, das nehme ich noch nicht. Jetzt mal ohne Spaß. Ihr wisst doch genau, was ich meine. Da, wo ich am Anfang gesagt habe, guck mal da, den nehmen wir und füllen nachher auf. Wenn wir ihn brauchen. Wo ist er denn jetzt? Tja. Ah, guck mal hier. Der muss doch hier sein. Guck mal, ich sag hier nochmal. Ach, ich bin blöd. Okay. So. Damit werden die HP wieder aufgeladen und aus irgendeinem Grund verschwindet dann immer direkt die Waffe. Ist mir egal. Wo kommen die denn jetzt her? Die waren doch vorne nicht da. Leute. Macht doch keinen Scheiß die ganze Zeit. Gibt's doch gar nicht. Haben die mir schon Leben abgezogen. So ein... Ich ahne es doch schon. Hier oben ist doch schon wieder irgendwo dieser Typ, der die Dinger hier spawnen lässt. 3 HP. Ach du Scheiße. Leute. Geht mir doch nicht so stark auf den Sack, ehrlich gesagt. Ey. Nervt doch schon ein bisschen. Ne, das ist eine Death Trap. Da möchte ich überhaupt nicht lang. Ach du Schande. Nein. Du, äh, Dingens, Dingens, Dingens. Weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Ich vergesse jetzt hier gerade alles und mich selbst. Ähm. Okay. Die Gefahr scheint gebannt, auch wenn ich sie noch höre. Aber erstmal sind wir safe. 28 HP. Das ist ja unglaublich viel. Ähm. Trotzdem werde ich hier erstmal einen Safe machen. Und den Safe werde ich... Hier drauflegen.